Hey Leute, was geht ab? Schön, dass du wieder eingeschossen. Heute spielen wir auf einem Bad Wars Server. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Und falls ihr die geile Rüste unten nicht bemerkt habt, ich habe keine Ahnung, warum ich die noch habe, aber die ist aus der Vorrunde. Und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal in eine Runde rein. Das ist jetzt die 4x4 Bad Wars. Und wie ist es jetzt auf einmal Nacht? Ach, komm schon! So, jetzt können wir unten auswählen, welches Team wir wollen. Und wir nehmen natürlich Team Drogen. Äh, ich meine natürlich Team Grün. Ähm, nicht Team Drogen. Also, ähm, ja. So, wir sind jetzt auch schon in der ersten Runde und es ist voller LSD. Jaaa, Spaß! Geh von meinen Punkten weg. Meine Punkte. Alles meins. Dieser Spieler ist in deinem Team. Nice! Das? 아침 3 Booty, ba-dum, 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 ba-dum und zack, bä-m, ba-dum, 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 ba-dum. Dann versuch mal hier anzugreifen. Der guckt gar nicht richtig. Ich würde sagen, wir nehmen uns auf jeden Fall einen langen Knockbackstick. Und er ist gerade beschäftigt, er ist gerade beschäftigt. Bum, ba-dum, 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 ba-dum. Viel Spaß! Zack, zack Nein Nein Ey Alter, nein Alter, alter, alter Was wollt ihr alle? Ich will auf jeden Fall sagen, wir testen jetzt 2x8 Und da ist mit der Runde Oblight Eine Drogenrunde Wahrscheinlich Nice Nice So, eine 8x2, die funktioniert, weil wir zu wenig Spieler waren Gehen wir jetzt in die Runde Fahren Und zwar 8x1 Ja Oh ja, geil, ich pump's den Boden Oh So, wir sind jetzt schon in der Runde und seht mal, was hinter der Wii fahren steht Ein Dealer, der aussieht wie ich Hallöchen Hallo Hallo Hui, der Bachlauf des Lebens Spaa Oh Oh, Detlef, der aussieht wie ich Gib mir, gib mir Punkte Detlef Äh Detlef Detlef Ijo, mein Leister, war wirklich, ich muss mich umbringen Aaaaaaah Nein Wieso Server wird gesucht Server wird gesucht Server wird gesucht Suuuhuuhu Ficken Oh ja, geil, ich bin in meiner Hose drinnen Nice Falls ihr mir nicht glaubt, ich bin wirklich in meiner Hose Hallo Mitte, ich komme Da, da hinten ist jemand Hallo Sieht das eigentlich nicht irgendwie pervers aus, wenn ich so eine Stange aus meiner Hose rausbaue Ähm, okay Geil, Lack- und Lederrüstung Nice, 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 nice Ah ja, geil, ich komme aus der billigen Lack- und Lebe-Urteilung Ja, ja, ja Nein, hi, please Nein Tu's nicht Tu's nicht Hi, please Hi, please Wow Wow Nein Komm her, ich mach die fertig Ich bin in deiner ganze Welt Wirklich Wirklich Ah Oh, oh, oh 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 Nein Ich hab natürlich in Minecraft jetzt ein Publikum Deswegen spielen wir jetzt den Minecraft-Zong Minecraft 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 ist so scheiße Minecraft ist so scheiße Warte, 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 warte Entschuldigung Minecraft ist so geil 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 Ende Yay, wir sind fucking rich Nina Nice Kennt ihr eigentlich dieses Gefühl, wenn ihr nachts aufnehmen wollt und eure Nachbarn einfach oben klopft, weil ihr zu laut seid? Nein? Nein? Warum kenne ich das? D喜��고 Kommt Ellos Kommt er schon her Tschüss Nein Nice Oddwall braucht neue Waffen Irgendwas stimmt ihr nicht Ich seh gar nichts mehr. Seid ihr noch was? Yo! Ich würd sagen, das war's mit diesem Video. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel Runden beten können. Ich muss dazu noch sagen, dass dieser ganze Server noch in der Beta ist. Das heißt, er ist noch nicht fertig. Das heißt, wenn die Links auftreten, einfach schreiben. Und dann werden die hoffentlich behoben. Yay! IP und Porn findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis deinem wundernäuftiges und... KRAI! 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 PIKACHU! KRAI! 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 KRAI!